Severin, du hast jetzt gerade auch von der fehlenden Haltung gesprochen und in den sozialen Medien, da gibt es ja sehr, sehr viel fehlende und seltsame Haltungen. Was für eine Haltung hast du da dazu? Bei den sozialen Medien? Ich schaue mir die ja meistens am Handy an und das ist so klein und da muss ich da immer so nah hin und dann kriege ich so eine leichte Verspannung da hinten und dann lese ich das auch noch und da kriege ich so Rückenschmerzen und Kopfweh gleichzeitig bei den sozialen Medien.